Wie kann es eigentlich sein, dass Studentinnen und Studenten keinen Zugang zu Wissen haben, das sie für ihr Studium brauchen, weil dieses Wissen zwar an Hochschulen geschaffen wurde, aber letzten Endes hinter Bezahlschranken versteckt landet oder mithilfe von Geoblocking der Abruf auf bestimmte Regionen beschränkt wird? Das schadet unserer Wissensgesellschaft und deswegen wollen wir Piraten mit Open Access dafür sorgen, dass öffentlich geschaffenes Wissen auch öffentlich abrufbar wird.